Gucken wir uns an von KuchenTV, Ponyhof heißt das Video, aber es geht um mein MMOA oder wie die Idioten heißen, die hab ich heute auch blockiert, ganz einfach. Ja, es gibt Pommes und Burger, ja, was soll ich sagen, Mann. Dominik, helf mir, die machen es nicht lustig, weil ich immer die gleiche Sch*** fress. Als wenn ihr jeden Tag was anderes isst. Ihr seid genauso wie ich, aber ihr steht ja nicht zu. So, weiter geht's. Leute, was geht? Bevor das Video startet, kurz die Meldung. Ich hab es endlich hinbekommen, den Podcast von mir und Skruss hochzuladen, jetzt auf Spotify und Co. verfügbar. Erster Link in der Beschreibung, direkt mal mit 5 Sternen bewerten. Jo, Freunde der absoluten Dummheit. Eigentlich hab ich gerade 10 andere Themen, die ich besprechen möchte, allerdings gibt es jetzt mal wieder einen neuen Artikel von mein MMO, der mich wirklich einfach komplett sauer macht. Eine Sache aber mal ganz kurz vorher. Mein MMO oder wie die heißen, sind mittlerweile eigentlich nur noch dafür bekannt, Artikel zu schreiben, die völlig aus dem Kontext gerissen werden, die eigentlich mit der ursprünglichen Thematik überhaupt nichts zu tun haben. Man hat wirklich das Gefühl, nicht abwertend gemeint jetzt, aber dass da geistig eingeschränkte Leute sitzen, die versuchen, einen Artikel zu schreiben, aber eigentlich geistig nicht auf der Höhe sind, ein Thema darauf einzugehen. Das ist Quatsch mit Soße, was sie da schreiben. Mir ist aufgefallen, dass mein MMO eine Tochterseite von der GameStar ist und ich möchte jetzt keine Verschwörung oder sonst irgendwas droppen, wobei, doch, genau das möchte ich machen. Ein Mitarbeiter bei GameStar, der auch schon etliche Jahre da ist, ist nämlich Maurice Weber und der ist zufällig cool mit Shoyoka Freiraum Rehe und so weiter. Also es wirkt schon so, als wolle man jetzt absichtlich einfach negative Artikel über uns schreiben, weil die immer noch sauer sind, dass wir die Lügen von Shoyoka aufgedeckt haben. Aber egal, wir kommen mal zum Thema. Sie haben einen Artikel rausgebracht mit dem Namen Twitch-Streamer dürfen nicht in die Lounge der Gamescom, rufen kurz danach Skandal. Also mal abgesehen davon, dass sich das so liest, als wenn die Überschriften 6-Jähriger gemacht hat, wird Gamescom übrigens groß geschrieben, das ist ein Nom, nur mal so nebenbei. Based? Außerdem war das auch nicht die Lounge der Gamescom. In den Gamescom-Creator-Bereich konnten Skurus und ich gehen. Lustigerweise ist das große Vorschaubild, was die zeigen, genau wir beide, wo wir gerade auf den Weg dahin sind, in der Business-Area, wo man nur reinkommt, wenn man akkreditiert ist. Es ging natürlich um die Red Bull-Lounge auf der Gamescom. Wer da rein darf und wer nicht. Damit hat die Gamescom aber gar nichts zu tun gehabt. Schon allein nur die Überschrift ist beschissen und nicht zutreffend. Wirklich, ich bin so sauer. Dann kann der Artikel ja nur noch besser werden. Kappa. Boah, das ist unfassbar. Dazu kommt noch, dass die wirklich die ganze Zeit meinen Namen falsch schreiben. Vor allem die Twitch-Streamer Kuchen.tv. Kuchen.tv? Juge, also so schreibt man meinen Namen doch nicht. Geh doch einmal auf meinen Kanal, einfach Kuchen.tv zusammen und das TV groß. Das ziehen die auch wirklich über den ganzen Artikel so durch. Ich blende euch das hier mal ein. Wirklich überall schreiben sie Kuchen.tv. Außer komischerweise einmal. Da heiße ich dann plötzlich ganz normal Kuchen.tv. Das macht so gar keinen Sinn. Es gibt dazu auch andere Rechtschreibfehler, fand ich ganz lustig, wie hier zum Beispiel. Er habe sich nur wichtig machen wollte. Ja, so, so nehme ich. Aber wir schauen einfach mal rein. Auf der Gamescom 2023 gab es Ärger um die Launch von Red Bull. Dort durften nicht alle Influencer hinein. Vor allem die Twitch-Streamer Kuchen.tv und Skurrus fühlten sich trotz großer Reichweite ausgeschlossen. In der Folge echauffierten sich beide Streamer über einen Skandal um den GTA-Streamer Philo. Der soll persönlich ungeliebte Gäste von der Launch ausgeschlossen haben. Ist Philo ein GTA-Streamer? Ich habe gerade gedacht, der macht Minecraft. Ich gucke den auch nicht. Also ist GTA hier auch Quatsch. Es wurden Videos gedreht und Skandal gerufen. Also erstmal haben die uns nicht ausgeschlossen gefühlt. Ich kann schon verstehen, warum die mich da nicht reinlassen und finde das auch komplett in Ordnung. Ob Skurrus sich ausgeschlossen fühlt, gut, das kann ich nicht sagen. Aber was bei ihm ausgeschlossen ist, ist ein ordentlicher Haarwuchs. Oder auch Bart. Auch in der Folge dessen ist halt einfach falsch. Denn es wird so dargestellt, als hätten wir diese Videos jetzt nur gedreht, weil wir da nicht rein durften. So quasi als Rache. Das eine hat doch aber mit dem anderen rein gar nichts zu tun. Das Thema war aktuell. Die Aktion von Philo war Müll und wir sind halt YouTuber, die über aktuelle Themen berichten. Vor allem ich. Macht Sinn. Also verstehe ich nicht, warum da so eine Verbindung geschaffen wird. Warum wird das so dargestellt, als wenn wir wie kleine Kinder heulen würden? Das einzige, was bei mir so klein ist, ist mein Penis. Offenbar sind sie wegen ihres umstrittenen Rufes von Red Bull aber nicht akkreditiert worden. Damit ziehen sie einander auf. Aus einem ähnlichen Grund hat Kuchen.tv auch keine Partnerschaft mit Twitch. Der Streamer ist Twitch zu reaktionär. Also erstmal weiß man den Grund gar nicht, warum ich bei Red Bull nicht reingekommen bin. Zu sagen, dass das ein ähnlicher Grund ist, ist einfach falsch, weil man kann es gar nicht sagen. Man weiß es nicht. Und klar, als Journalist hätte man bei Red Bull nachfragen können. Das wurde aber natürlich nicht gemacht. Den Artikel, den die da verlinkt haben, da will ich kurz ein paar Worte zu verlieren. Denn dort heiße ich auch plötzlich Kuchen.tv. Und sie schreiben dort folgendes. Sein Programm besteht zum großen Teil aus reaktionären Inhalten. Kuchen.tv musste erst belehrt werden, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Zeigte sich dann aber erschrocken. So rechts sei er doch gar nicht. Ich habe nicht gesagt, ich bin ja gar nicht so rechts, sondern ich bin überhaupt nicht rechts. Kein Stück. Junge, ich check das nicht, Alter. Ich musste auch nicht belehrt werden. Das Ganze schreiben sie später auch selber. Sie zitieren mich nämlich und sagen, dass Tobi Mahomi mich darauf hingewiesen hat, dass er nicht redaktionär steht, was ich irgendwie gelesen habe, ADHS und so, sondern reaktionär. Es ging also nicht darum, dass ich das Wort nicht kenne, sondern dass ich das falsch gelesen habe. Aber gut, mal wieder was Negatives gegen Kuchen.tv raushauen ist auch deutlich sinnvoller. Ich will mich auch wirklich gar nicht lange daran aufhalten, so lange ist der Artikel auch nicht. Aber mal kurz ein Absatz. Erst neulich wurde Kuchen.tv erneut verklagt. Er hatte die Streamerin Shoyoka extremistisch, also verfassungsfeindlich genannt. Das wollte sich die Streamerin nicht bieten lassen. Also erstmal war das nicht der einzige Punkt, das ist schon mal das erste. Zweitens wurde ich überhaupt nicht verklagt. Ich habe eine Abmahnung erhalten. Und ja, juristisch gesehen ist das ein Riesenunterschied. Und auch unabhängig davon, ob Shoyoka mich abgemahnt hat oder nicht, heißt das ja auch nicht, dass ich schuldig bin oder was falsch gemacht habe. Die Kanzlei WBS hat ja ebenfalls ein Video dazu gemacht und ist auch zum Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich im Sande verlaufen wird. Jeder kann ja erstmal jeden verklagen. Also was soll das jetzt aussagen? Den nächsten Absatz von dem richtigen Artikel lese ich mal nicht ganz vor, sondern habe euch unterstrichen, was ich hier vorlese. Skurrus wundert sich, warum Tobias Hoch nicht in die Lounge dürfe. Immerhin sage er doch, es gebe 35.000 Geschlechter. Wir sind die einzigen Real Influencer. Wir sind nicht in der Lounge. Kuchen.tv schlägt vor, zu viert in die Red Bull Lounge zu stürmen. Sicher könne man dort nur maximal drei aufhalten. Die Stimmung ist zwar launig, aber es scheint, dass die drei etwas daran zu knabbern haben, nicht in die Lounge zu dürfen. Weil Kuchen.tv offenbar Hunger hat, es im normalen Influencer-Bereich aber nicht zwischen die Zähne gibt. Ey, ich komme einfach nicht darauf klar, dass das alles ernst genommen wird. Das ist wirklich unfassbar. Also Skurrus und ich haben... Guck mal, wenn man Mist macht, muss man da auch zustehen, richtig? Wenn ich Quatsch mache, wenn Kuchen.tv Quatsch macht, wenn andere Influencer da draußen Mist machen, etwas, was nicht in Ordnung ist, dann muss man mit Artikeln und einem Shitstorm rechnen. Safe call. Aber dass Schmutzblätter wie dieses oder andere regelmäßig mit reißerischen Überschriften und ähnliches Artikel schreiben, die überhaupt nicht das zusammenfassen, was wirklich dort geschehen ist, ist fast schon rufschiedigend. Aber die Gesetze der deutschen Pressefreiheit sind leider ein bisschen quatschig. Das Problem ist bloß, dass Werbepartner und Kunden, mit denen man zusammenarbeiten möchte, den Namen immer erst mal googeln. Und die Artikel, die ganz oben stehen, werden sich natürlich durchgelesen. Und wenn du solche Arschlochblätter wie mein MMO oder wie die ganze Flitzpiepen da heißen, ständig irgendwelche Titel wählen, die überhaupt nichts mit der Thematik zu tun haben, dann kann das auch mal ganz schnell für einen nach hinten losgehen. Und das geht gar nicht. Die müssen mal ihrem Job richtig nachkommen. ...haben während der Gamescom gestreamt. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit Trash-Talk betrieben, wie zum Beispiel hier, als LeFloid hinter uns war, dann aber lieber weggelaufen ist. Wir gehen immer weiter nach hinten. ...wann machst du denn jetzt... LeFloid, ein guter Freund. Ach, LeFloid. Ah, guck mal, LeFloid. A.K.A. Wegläufer. Er hat sich doch mal noch gesehen. A.K.A., die Klage kommt. Die Klage kommt, LeFloid. Wir sind doch nicht abhängig davon, in irgendeiner Lounge zu chillen. Ja, und das sage ich immer noch, obwohl ich nicht drin war, ist es da natürlich... War auch ein bisschen L-Tag von Screws, sage ich ehrlich. Das war cringe. ...chillig. Du hast halt Verpflegung, viele Influencer sind da, mit denen du dich unterhalten kannst. Und du hast einen Rückzugsort direkt hinter Halle 8, wo halt die meisten Zuschauer sind. Aber es ist doch okay, wenn man uns da nicht reinlässt. Die Red Bull Lounge macht es für uns nicht abhängig, ob wir auf der Gamescom chillen oder ob wir uns da wohlfühlen oder sonst irgendwas. Ja, natürlich machen wir ein paar Witze darüber. Wir trash-talken auch die ganze Zeit über uns selber, unabhängig von der Gamescom-Thematik. Aber das plötzlich wird dann wieder ernst genommen. Und ja, das Problem ist halt auch leider, dass ich wirklich Hunger hatte. Und es ist ja auch bekannt, dass ich als Influencer auch gar keine finanziellen Mittel hatte. Und ich konnte mir einfach nichts zu essen holen, weil im Influencer-Bereich von der Gamescom gab es nichts. Ich konnte mir unmöglich bei der Gamescom einfach sowas kaufen. Oh, warte, man sieht im Stream, dass ich das ja sogar getan habe. Oh, das ist jetzt ja doof. Ich check halt dieses von Grund auf negative Framing nicht. Also es wird gar nicht so objektiv drauf geguckt, sondern es wird gesagt, ja okay, die haben ein paar Witze da drin. Aber Journalismus sollte eigentlich objektiv sein. Und nicht von jemandem geschrieben sein, wo man das Gefühl hat, der hat ein persönliches Problem mit einem. Und das ist der Fehler. Super gemacht. Aber die haben bestimmt da dran zu knabbern. Obwohl wir Witze über alles machen. Die ganze Zeit über uns selber. Aber das ist plötzlich ernst gemeint. Ey, hört doch mal auf mit diesem negativen Framing. Was soll das wirklich? Ich komme nicht drauf klar. Die nehmen halt wirklich schon Trolltalk ernst, um uns irgendwie als verletzt dastehen zu lassen. Junge, der Typ, der das geschrieben hat, ist safe. Dieses Meme hier. Hundertprozentig. Genau so. Das Geile ist auch, jetzt schreiben sie, in einem Podcast hatte der GTA-Streamer Fellow angedeutet, er sei dafür verantwortlich, dass Cisco G von der Liste gestrichen wurde. Und genau darunter schreiben sie, er wurde initial angenommen, dann habe ich den Namen gelesen, dann wurde er abgelehnt. Bruder, was für angedeutet. Er hat doch ganz klar gesagt, dass Cisco G wegen ihm nicht rein darf. Sogar auf der Gamescom ist dann ja dieser Clip hier entstanden. Man berichtet über ein Thema und beließt sich da drinnen gar nicht. Er hat gesagt, er nobte mich. Sag mir, wer die Liste macht. Du? Sei doch korrekt und lass ihn rein. Nein? Nein. Und ja, da ging es um andere Influencer, aber er hat das nicht angedeutet. Er hat das ganz klar so gesagt. Danach schreiben sie das hier. Skurros und Tobias Hoch nahmen das Statement ebenfalls für voll und echauffierten sich auf Twitter. Warum sollte man die Aussagen von Philo denn nicht ernst nehmen? Hä, ich check das nicht. Was war das Problem? Keiner der drei schien sich ernsthaft zu fragen, ob es überhaupt glaubhaft ist, dass ein mittelgroßer Twitch-Streamer so viel Einfluss auf Red Bull hat, dass er bestimmen kann, wer in die Lounge darf und wer nicht. Hä? Was ist das für eine dumme Scheiße, Digga? Also die einzige ernsthafte Frage, die man sich stellen muss, ist, ob der Typ, der das geschrieben hat, mehr als drei Gehirnzellen hat. Also, nochmal für Dummies. Philo ist im Management von OneUp. Und die waren für die Akkreditierung der Red Bull Lounge verantwortlich. Wahrscheinlich ist es also so, dass Philo ein sehr gutes Verhältnis zu den Leuten vom OneUp Management hat. Schließlich ist er da ja unter Vertrag. Es ist also nicht weit hergeholt, dass er da vielleicht mal auf die Liste gucken durfte und er meinte, hey, wäre cool, wenn ihr den raushaut, weil den mag ich nicht besonders. Es ist doch vollkommen egal, ob er den Namen jetzt selber gelöscht hat oder ob er nur gesagt hat, hey, haut den mal bitte raus. Ja, oder ob er ein großer oder ein kleiner Streamer ist. Die Aktion verändert das ja gar nicht. Der heftige Skandal. Entpuppte sich später als reine Aufschneiderei von Philo. Der gestand nach einem Shitstorm, er habe sich nur wichtig machen wollen. Habe sich cooler und wichtiger fühlen wollen, als er sei. Er habe gar nicht die Position, Leute ein- oder auszuladen. Dafür sei die zuständige Agentur verantwortlich. Was er getan habe, sich mit dem Ausschluss von Cisco G zu brüsten, sei einfach nur unglaublich peinlich und cringe. Ach so, ja klar, also wenn Philo das jetzt im dritten Statement dann irgendwann mal sagt, dann muss das natürlich... Also wer auch immer den Artikel geschrieben hat, der sollte in Zukunft keine Artikel mehr schreiben, sage ich. Das ist auch sehr unangenehm. Stimmt, das ist ja gar keine... Das ist wirklich ein sehr unangenehmer Artikel, der so wenig Wahrheit beinhaltet und so viel Halbwissen. Frage, also es gibt zwar auch in dem dritten Statement viele Ungereimtheiten und einige Sachen machen auch nicht so viel Sinn. Guckt dazu gerne das dritte Video von Cisco G. Aber, naja, wenn Philo das sagt, dann wird das natürlich stimmen. Ich finde es halt wirklich lustig, dass in jedem Artikel, wo mein MMO über Miskurus oder Montez schreibt, die alles aus dem Zusammenhang reißen, uns nichts glauben, nur runter machen. Aber wenn ein anderer Streamer nach drei Statements den Fehler einsieht, weil er den Hate sonst nicht wegbekommt, dann heißt es plötzlich, Also ich finde das sehr glaubhaft. Warum ist ein KuchenTV immer noch dagegen? Das kann ich ja gar nicht verstehen. Das Lustige ist auch, dass der Typ, der das geschrieben hat, sich in den Kommentaren dann noch darüber beschwert hat, dass ich heftiger Skandal geschrieben habe. Und ja, natürlich ist das jetzt kein heftiger Skandal, das ist natürlich etwas übertrieben. Und ich meine, du bist doch Journalist. Du musst doch wissen, dass man die Titel so wählt, dass die Leute Lust haben, da drauf zu klicken. Ich meine, das Geile ist, genau in dem Artikel macht er exakt das Gleiche. Er hat ja reingeschrieben, dass, weil wir nicht reingekommen sind, dann nach Skandal gerufen haben, was nicht mal stimmt. Digga, du machst exakt das Gleiche, das ist ich. Ach, Digga, Junge, ich habe einfach keine Lust mehr. Was kann ich abschließend dazu sagen? Also, wenn der Typ wirklich ein richtiger Journalist ist, dann ist wirklich vorbei, dann habe ich keine Lust mehr Influencer zu sein. Ich hoffe nicht. Das kann ich einfach nicht glauben. Das Lustige ist, dass er sich als Autor selber so beschreibt, Schumann, das L steht für Niveau. Und da hat er komplett recht, auch wenn er ein wandelndes L-Take ist, das muss man dazu sagen. Ja, viel mehr kann ich dazu tatsächlich nicht loswerden. Der Artikel ist mal wieder genauso schlecht recherchiert und gespielt wie die anderen. Ich weiß nicht, ob die das extra machen oder so, aber keine Ahnung. Das ist wirklich so schlecht. Ich wollte während der Gamescom übrigens mit mir reden wegen dem Shoyoka-Artikel, haben uns aber leider nicht getroffen. Falls du das hier siehst, ey, schreib mir, wir machen eine Diskussion im Livestream. Weil das, also du kannst doch nicht hinter diesem Artikel stehen, oder? Wirklich. Also, ich hätte den schon fünfmal gefeuert, aber ich will auch keinen Fitness stiften. Was sagt die dazu? Schreib es in die Kommentare. Bis dann. Ja, absolut schlechter Artikel. Mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Absolut ein sehr, sehr schlechter Artikel. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.